hi leute was geht ab krypto marco hier mal wieder mit einem ganz tollen video über das thema krypto währungen die währung bei der dann loyaler bankberater von nebenan die von einem kauf abgeraten hat weil er meinte dass es sinnvoller ist in einen fallschirm zu investieren denn aktuell erleben wir gerade einen höhenflug oh mein gott 13.000 btc bald lautet so der stand jota zieht an ripple vorbei hier geht alles einfach kreuz und quer stand 6 december 2017 aber ein steinium wurde angefragt 1 steinium ich werde jetzt ein video darüber machen weil ich ja mir die kommentare durchlese und auch eure wünsche berücksichtige falls das video gefallen sollte würde es mich sehr freuen wenn du ein like da lässt und kommentiert denn unter allen leuten die kommentieren verlose ich ein bisschen light coin check meine anderen videos ab und abonniere meinen kanal und wenn du nicht genug von meiner visage bekommst dann klick auf die glocke unter dem video oder bekommst jedes mal wenn ich ein video hochlade eine benachrichtigung ansonsten was ich auch noch hinzufügen möchte ist dass mein guter freund und mentor mein muten roshi crypto eli seinen youtube kanal gestartet hat hat den ich dem ich jeden sehr ans herz legen kann sehr viel value da drin sehr viel was man lernen kann deshalb check crypto isais kanal er ist bei mir in der beschreibung und ich würde sagen wir fangen einfach mal an mit ein steinium und was man gleich sehen kann ist die exponentielle also exponentiell kann ich nicht nennen das ist einfach nur fast 90 grad winkel wie ein steinium nach oben geschossen ist und woran das liegt werde ich euch gleich erklären davor schauen wir uns doch mal an worum es bei ein steinium überhaupt geht ich habe schon einen übersetzten text vorbereitet also wie du sehen kannst update deiner wallet bevor die hardfork aktiviert wird also in drei tagen und 19 stunden das hardfork ist werde ich bald naja kann ich gleich erklären also in bezug auf die blockchain technologie ist eine hardfork eine radikale änderung des protokolls da des zu das zuvor ungültige blöcke transakt oder transaktionen gültig macht oder auch umgekehrt und auf soll und als solches erfordert dass alle nodes oder benutzer auf die neueste protokoll software updaten also da muss man sich ein neues wallet holen um nach ein steinium des weiter benutzen zu können grundsätzlich ist ein steinium ein eine plattform wo wissenschaftliche projekte gefördert werden können also da kann man für wissenschaftliche projekte spenden und dann durch konsens also durch gemeinsames wählen sehr demokratisch bestimmen wohin das ganze geht gibt schon der 2004 sogar hat aber allerdings erst kurz in die blockchain technologie und durch diese hardfork wird circa 25 prozent des bestands von von an dem derzeitigen einsteinium also das nicht derzeitigen einsteinium sondern das einsteinium was ja jemals in umlauf kommen soll vernichtet was dazu für was sein kann dass wahrscheinlich wird es noch mal ein bisschen teurer werden wer weiß allerdings jetzt auch nicht garantieren dass der preis nach unten gehen wird nach oben gehen wird also da zeigt uns kryptowährungen zeigen uns immer wieder war dass es da kreuz und quer geht also 55 millionen einsteinium coins werden vernichtet und die mining belohnung wird auch reduziert grundsätzlich was kann man so auf einsteinium lesen es ist eine crowdfunding plattform es ist eine wesentlich ist es ein wesentlicher teil des einsteinium ökosystems das da ist direkt den grundgedanken unterstützt große wissenschaftliche forschung bildungs und ihr it projekte in die stratosphäre zu bringen also crowdfunding wer es nicht kennt gemeinsam tolle projekte finanzieren die sich aus eigener kraft nicht finanzieren können education also bildung wir glauben an die bedeutung von bildung wir sind bestrebt unsere werte mit anderen zu teilen eines unserer wichtigsten grundlegenden ziele ist es wissen zu verbreiten und neue talente in blockchain technologie zu schulen und zu führen natürlich ist es auch open source also jeder kann darauf zugreifen als mitglied der blockchain familie der blockchain familie sind wir der open source welt unter verbesserung der kernfunktionen verpflichtet so dass man die drei grundpfeiler von einsteinium und das ist die mission von einsteinium die mission der einsteinium stiftung besteht darin mittel für die wissenschaftliche forschung zu sammeln unsere schürfsteuer also die mining tags mehr oder weniger die man halt bezahlen muss wenn man mit hilfe von rechenpower einsteinium schrift schafft einen pool von mitteln die antragsteller die sie verdienen zuschüsse gewährt also antragsteller die praktisch ihre wissenschaftlichen projekte gerne gefördert hätten wir haben kürzlich crowdfunding in den prozess integriert um den zuschüssempfänger mehr mittel zu geben als wir sofort bereitstellen konnten dies ermöglicht es uns das projekt unsere münze unsere sponsoren artikel und die vorteile der kryptowährung einer breiten öffentlichkeit zugänglich zu machen viele verschiedene sachen was man also die einsteinium ist halt so so eine von den währungen die um die währung herum noch tolle projekte hat also bitcoin ist halte bitcoin und bitcoin durch die gegend bei bitcoin gibt es keine zentralisierte stelle also man kann wenn man merchen das von bitcoin kauft dann ist es ein externer anbieter nicht bitcoin direkt aber einsteinium hat hier eigene 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 merchandise artikel die bald kommen sollen sehr interessant eine k eine kreditkarte mit dem einsteinium logo und jährliche awards die vergeben werden also wie viel das in der wissenschaftlichen welt wert ist ein einsteinium award zu bekommen das wird sich wahrscheinlich erst in den jahren zeigen vielleicht wird es den nobelpreis ersetzen wer weiß wer weiß wer weiß hier sind ein paar technische details zum einstein coin auf die ich aber nicht eingehen möchte hier sieht man auch das team sieht aus als würde man sich ein grundsätzlich finde es sieht irgendwie aus wie wie die wie so ein erste mannschaft als erste mannschaft eines österreichischen erstligisten fast jeder hier endet mit witsch ganz lustig aber grundsätzlich was hat den plötzlichen boom von einsteinium bewirkt zunächst einmal natürlich diese nachricht dass der fork bald der die abspaltung also der fork bald aktiviert wird die das allerdings schon eine weile her am 22 oktober wurde es fest beschlossen da ist natürlich wie man sich sehen wie man sehen kann da ist noch nicht sonderlich viel passiert also da ist nicht so viel passiert was diese diesen boom ausgelöst hat wenn man mal kurz zurückschaut wann hat einsteinium angefangen so richtig durch die decke zu gehen also es war schon auf einen guten weg nach oben 60 cent aber die raketen der raketen artige aufstieg kam dann mit der twitter meldung einsteinium mind blowing announcement to be made on december 19 also im prinzip ein tweet von dem team die gesagt haben wir werden bald was geiles ankündigen mehr also mehr gründe konnte ich nicht finden deshalb wenn irgendjemand weiß was hinter dem schnellen anstieg von einsteinium steckt gerne in die kommentare schreiben ich habe meine nachforschung nur eben das mit der fork hard fork gesehen und dass diese meldung eben eingegangen ist dass bald was tolles passieren soll was es allerdings ist weiß wirklich niemand und sollte es der fall sein dass dieser tweet dafür verantwortlich ist dass der kurswert von einsteinium plötzlich so durch die decke geschossen ist dann ist es echt für mich tut mir leid aber an alle optimisten aber das ist für mich echt der eindeutige überweis dass wir uns in einer blase befinden dass ein tweet so etwas auslösen kann wenn man sich nur vorstelle wenn man hier investiert hätte im märz und dann also ist es 1 cent oder ist das weniger als 1 cent also durchaus möglich ja das ist weniger als 1 cent und wenn man dann hier auf dem höhepunkt verkauft hätte was für ein geld man dann mit einsteinium gemacht hätte natürlich frage ich mich da es ist eine es soll eine plattform sein die wissenschaftliche projekte und jetzt geht es so in die kommerzielle richtung für trader ist natürlich geil weil da viel volatilität drin steckt aber ist es jetzt also die frage ist natürlich was hat einsteinium zu bieten aktuell weiß ich nur davon dass man damit wenn du einsteinium kaufst dann geht das geld zum teil in wissenschaftliche projekte aber die community entscheidet wo das geld hingeht und ist das wirklich ein market cap von einer halben milliarde wert ich denke nein also meine meinung deshalb ist für mich wirklich das der einsteinium preis in weckruf wie ich bereits vorhin vor ein paar videos gesagt habe zuletzt dass ich mein vater auf kryptowährungen angesprochen ein typ der sich niemals davor über finanzen beschäftigt hat und jetzt plötzlich einsteigen möchte wenn es aktien werden dann würde ich jetzt wirklich das muster erkennen okay es ist zeit die gewinne zu realisieren zu verkaufen und die nächste krise abzuwarten allerdings wer weiß was bei einsteinium als nächstes passiert also ich bin mir sicher dass demnächst wieder eine korrektur kommen wird vielleicht sogar eine dicke korrektur dann wäre für mich der die wirklich die gelegenheit heftig zu investieren aber leute so ein so ein unfassbar heftiger einstieg in so einer kurzen zeit wegen einer meldung für eine firma die im endeffekt ja also wäre es jetzt eine hätte jetzt ein steinium und mittel gegen aids oder sowas gefunden könnte ich es wirklich verstehen aber es ist für mich nicht ersichtlich was da passiert ist auch return of investment allerdings muss man sagen 45.000 prozent heftig heftig also wenn man da 100 dollar investiert hätte das wäre natürlich lecker bisschen gewesen da hätte man richtig heftigen krypto ständer in der hose gehabt ich persönlich habe nicht investiert weil ich einfach nur ein steinium bis jetzt nicht sonderlich interessant fand hätte ich es machen müssen ja aber zu der zeit früher wusste ich es einfach nicht und es gehört doch zum teil auch dazu wenn du guter trader werden willst musst du auch einfach nur damit lernen nicht den nicht so eine bestätigungsheuristik im nachhinein zu haben was aus der verhaltensökonomie kommt also ich könnte jetzt sagen oh warum habe ich es damals nicht gecheckt aber ganz ehrlich bei all den kryptowertungen hier wo so wie soll ich da wissen welche als nächstes durch die decke gehen wird die central land 83 prozent habt noch nie davon gehört also der kryptowertungsmarkt der geht mal wieder drunter und drüber freunde viele von euch fragen sich wahrscheinlich marco wo kann ich ein steinium kaufen ganz einfach immer wenn du wärgungen kaufen möchtest dann gehst du auf marke so kannst sehen bittrex und poloniex und kryptopia bieten ein steinium an die meisten werden auf bittrex gehandelt da musst du einfach nur deine bitcoin ethereum was auch immer auf bittrex einzahlen und kannst dann dafür emc2 kaufen also ein steinium beim iota video haben mich auch viele gefragt wie es funktioniert und hier ist die antwort bei jeder währung immer auf die market schauen und dann kann man sehen wo man diese coins kaufen kann so aber ich bin kein finanzberater das ist meine subjektive meinung hier ich bin nur ein typ der internet über kryptowertungen quatscht und keine gewinne garantiert jetzt kommen wir zum saftigen teil jetzt kommen wir zum giveaway wer wird heute gewinnen davor löse ich mal mein versprechen ein und mache ein giveaway bei allen leuten die meinem aufruf gefolgt sind und dem intelligenten und gut aussehen den elai ihre aufmerksamkeit geschenkt haben 13 kommentare bruder sehr schön das freut mich freut mich zu sehen ich warte darauf dass es noch etwas weiter sinkt danach sollte es er hoffentlich stetig aber sicher steigen ja das hoffen wir alle lieber jan wissen und damit sage ich zu dir herzlichen glückwunsch du hast ein bisschen litecoin gewonnen da ist er also wo habe ich jetzt das nächste video gepostet von ihm juta noch mal ja 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 okay ich weiß schon ich weiß schon 38 kommentare wahnsinn ich habe ja gesagt wer sich elis videos anschaut ich mache auch ein giveaway um einen muttenroschi zu pushen weil er wirklich gute inhalte macht also ich lege es euch ich stehe mit ich lege meine hand für ihn ins feuer dass der geile inhalte auf youtube macht coole aktion eine top aktion von dir beneuende thematik und freue mich über alles zusätzliche ist gold wert weiter so ps bis mal ein video zu seinem portfolio machen crypto elai macht doch mal ein video zu seinem portfolio der brot 007 hat es sich gewünscht kreative name aber mein freund gefällt mir auch du bekommst ein bisschen light coin von mir als dankeschön und jetzt kommen wir mal zu den besten abonnenten der welt zu meinen abonnenten die so fleißig kommentiert haben wir machen mal wieder einen super münzwurf und ich habe schon wieder die fucking münze vergessen wo ist das fiat geld ich könnte auch einfach mal den euro da liegen lassen wo habe ich mir damit ich habe nicht ausgegeben ich verbrauchten den münzwurf euro hier also ich wähle mal wieder zwei random kommentiere aus und macht dann münzwurf und die die also der den münzwurf gewinnt bekommt das geld weil ich gerade am tag zwei hoch also wenn der kommentar so einmal hier mike mantrox habe auch einige deutsch coin deutsch coins alleine die denk memes sind es wert in deutsch coin zu investieren meiner meinung nach und das hast du was zu nehmen ich habe ein video über nio gemacht liebe mein lieber kannst du gerne anschauen mike du bekommst kopf zatz bekommt zahl ich werfe die münze mike gewinnt mike hatte kopf also tut mir leid lieber zatz mike mantrox mike mantrox gewinnt herzlichen glückwunsch mike danke dir für deinen kommentar danke auch dir fürs zusehen freut mich sehr dass du mir wieder deine aufmerksamkeit geschenkt hast wenn dir das video gefallen hat lassen like das würde mich sehr freuen abonniere meinen kanal drück auf die glocke damit du jedes mal wenn ich den nach wenn ich ein video hochladen meine visage zu sehen bekommst und das ist gut kommentieren mit einer lightpoint adresse um bei gewinnspielen mitzumachen und check die videos von meinem mentor krypto elie ich danke dir ganz herzlich fürs zusehen viel spaß viel erfolg viel gesundheit und bis zum nächsten mal tschüss